willkommen leute zu einer neuen folge let's play motorsize klappt die demo wir machen wieder ein rennen wir sind sicher noch fünfter die überholen mich alle ich kann r1 und l1 kann ich jetzt drücken dass ich mein motorrad verändere ist auch richtig cool gemacht weiter einer welch raus gewesen auch jetzt muss ich bisschen aufpassen ist so jetzt war ich wieder mit dem das war ein anderes wenn bis jetzt noch dritter bis jetzt läuft es ja noch besser okay jetzt wird er die kurve was soll jetzt los was ist das sechste das motorrad war ganz toll das motorrad ist doch nix dann nehme ich das wieder ist glaube am besten turbo habe ich auch jetzt bin ich sogar siebter ist jetzt doch nicht so gut aber wir sind erst erst erste runde muss die auf jeden fall auf holen das problem ist wenn ich wechsle dann mich langsamer und dann können die mich auf holen dann bin ich lieber durch die ruckel aber auf dem boden sind lieber mich da etwas langsamer und kann dann mit dem motorrad aufholen anstatt mit dem motorrad zu wechseln ich bin dann noch langsamer aber dann geht es besser das ist auch eine möglichkeit der server kommt so langsam wieder was wenn ich jetzt teilnehmen dann bin ich nie gut oder exakt nicht so schnell tschüss wir haben noch überholt das motorrad ist einfach viel schneller ja das muss ich aufpassen darf nicht zu gas geben sonst mache ich den unfall okay den könnte ich überholen nein ja ich habe überholt sechster jetzt muss ich den anderen noch überholen jetzt die richtung jetzt wird es schwer jetzt wird es schwer das war mir klar jetzt bin ich auch noch siebter sechster jetzt wieder es wird echt eng diese runde ja fünfter vierter sehr gut aber das wird echt eng jetzt wieder hier drüber ok fünfter nein ach sehr gut dass das so eine bande war komm jetzt nicht aufgeben was ich bin zepter was na gut ich kann es ja alles noch aufholen ist jetzt gar nicht so schlimm wie lange geht es noch ja jetzt ist vorbei was schon die dritte runde jetzt muss ich aber echt gas geben ok jetzt rechts sehr gut das habe ich noch drauf na was was hat das gerade für eine richtung nein war ein fehler von mir bin aber jetzt noch vierter fünfter mist die müssen weg gehen ich will ok eigentlich top 3 will ich auf jeden fall dabei sein ja man es bleibt echt noch spannend nein da bin ich schlecht ich habe es noch überlebt ich habe es noch überlebt habe ich jetzt turbo ich brauche den turbo ich brauche den turbo ich brauche den turbo komm flex hole ich noch auf nein hole ich nicht mehr ja fünfter ja bin ein bisschen schlecht noch gewesen am schluss muss ich echt zugeben wer ist noch in der top 5 dabei ja kann man zufrieden sein das war es mit motor size die demo bis dahin leute wir sehen uns dann in der nächsten folge oder neuen projekt bis dahin leute tschau